Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video im GSM-Bahn. Und heute, Leute, haben wir ein komplett neues Format. Ich weiß gar nicht, wie nennen wir das? Kennedy-Begriffe. Keine Ahnung, wie nennen wir das? Ich hab noch keinen Namen dafür, müssen wir uns noch überlegen. Ich habe vorbereitet ein paar Oberbegriffe. Jetzt ein Beispiel zum Beispiel. Ich sag jetzt Getränke. Und die müssen abwechseln. Zum Beispiel? Cola. Okay. Ich hab auch zehn Sachen auf meiner Liste draufgeschrieben. Und die müssen genau diese Sachen sagen, die ich aufgeschrieben hab. Checkt ihr? Checkt ihr. Fanta. Ich guck drauf, ist leider nicht drauf. Warum ist mein Beispiel gefickt und sei jetzt richtig? Und, Leute, es geht heute wieder um die GLC-Tabelle. Das heißt, der Gewinner von den beiden bekommt einen Punkt. Einen GLC-Tabellenpunkt. Und ihr wisst ja, Leute, am Ende des GSM-Bahs... Alles gut, Bruder? Da hast du den GSM-Bah auf den Kopf gestellt. Am Ende des GSM-Bahs gibt es einen Pokal. Mal sehen, wer den Pokal mit nach Hause nehmen darf. Ich fang jetzt grad an, mein Zimmer neu zu machen. Okay. Und ich bin echt, der wird da schon... Oh! Ich sag mal, ich sag ehrlich, Bruder. Ich bin jetzt ehrlich. Hast du einen Platz eingerichtet? Ich hab schon echt einen Platz für den Überleg. Also, ich hab ja die Möbel und so schon anguckt. Weißt du, was da steht? Aber weißt du, was ich dir empfehlen kann? Nimm noch ein Tuch, weil da wird ganz schön viel Staub dieses Herkommt. Oh! Oh! Jeder Begriff einen Punkt, wenn ihr das schafft. Okay? Und ich hab immer zehn Begriffe. Ich mach seit sieben Jahren Schere, Bruder. Shing-Shang-Shong. 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 Ich dachte nur ein Schere, aber das ist noch kein Name. Okay. Du hast entschieden, möchtest du anfangen oder möchtest du, dass der kleine Mann hier anfängt? Ich möchte gerne selber anfangen. Okay. Okay. Der erste Begriff ist Fußball. Jetzt bitte abwechselnd mir Begriffe zum Fußball sagen. Was passt dazu? Okay? Stadion. Steht drinne. Punkt für Aibo. Fußball. also bald steht auch drin 11 genau jetzt verstanden wo du bist trikot steht leider nicht drin ja ja ich fahren habe ich aber ecke 21 22 22 schiedsrichter steht leider nicht drin was steht auch nicht drin was hast du auf einwurf steht auch nicht drin fußball schuhe ersatzbank auch nicht zu viel rein hier geht grad zu viel rein kopfball auch nicht ich habe ich ja christian ronaldo nein sowas mache ich nicht stürmen stürme also das jetzt ich möchte mich so ein stürmer nein bruder übertreibt nicht stutzen wir sind zu tief sagt der mann wir gehen zu viel reingehen ist ein bisschen mal oberflächlich aber richtig heftig jetzt aber erst dran mannschaftsbus du bist viel zu viel verpiss dich digga 11 meter steht leider nicht drin ich konnte nur zehn begriffe machen okay da die einigen gesagt haben sollten auch drin sein stimmt aber ich kann darauf nicht einfach ist ja so was ich machen wenn ja auch nur mensch 90 minuten auch nicht mittellinie auch nicht wm ja 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 3 2 champions league ja 3 3 ich würde sagen wir gehen sonst rüber zum nächsten begriff was war das wäre es noch ich hatte also ich lese mal von oben vor tor erwärte elfmeter gesagt dann habe ich gewonnen also habe ich 4 3 erwärte elfmeter gesagt ich schwere ich habe gesagt du hast wieder gesagt ne scheiße sorry vier zu drei dinge er hat echt gesagt ich habe tor elfmeter latte ball eckfahne wm elf mann schuss champions league und stadion 4 zu 34 auf jeden fall wir gehen weiter zur nächsten kategorie das nennt sich die nennt sich social media also apps mäßig oder was alles glaube ich ja alles was passt für social media instagram ein punkt für sanji tik tok 1 1 facebook steht nicht drin youtube 2 1 für eibuch snapchat 22 only fans so ein dreckiger bin ich nicht twitter steht nicht drin blogger auch nicht influenza ja content ja post ist doch konnte aber ich habe wirklich content auch aufgeschrieben ich habe beitrag gesagt beitrag hast du nicht gesagt ich sage ich aber auch jetzt nicht vielleicht steht das drinnen beitrag produktplatzierung nein werbung nee story nein tumblr wo bist du denn gelandet digger follower ja ja das steht drin 4234 eibu krass blauer haken nein auch ein sehr guter aber leider nicht community nein fans nein wäre aber auch gut gewesen community nicht ne ach so sorry die letzten drei sachen wären noch gewesen fotos videos und whatsapp bruder ich habe beitrag gesagt und foto habe ich doch 423 für eibu geht auch diese runde insgesamt steht das 826 für eibu jetzt kommt kleidungsmarken hat er safe aufgeschrieben habe ich diesmal nicht aufgeschrieben adidas ja habe ich auch gucci ja habe ich auch ja habe ich auch zwei 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 habe ich auch drei zwei dein gürtel wenn du den nicht hast christian dio 33 33 jetzt geht's los jetzt geht's los burberry nein moncler nein welkstein nein kelvin klein nein heli hansen nein hugo boss nein deutsche gabbana nein carl khani nein tommy hilfiger nein was carl agerfeld nein diesel nein versace ja ja vier zu drei no face ja man das war vier zu vier mein nächster wicksal digger 6pm hast du ja junge jetzt ist nur noch einer da also ob die ob denen mich jetzt nicht ja ralf laurent nein gerade ja 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 sechs zu vier alle begriffe wurden genannt leichte leute wir kommen zum nächsten da steht zwölf zu zwölf insgesamt unentschieden jetzt kommen automaten ercedes richtig audi ja bmw ja vw ja habe ich porsche schon gesagt aber hast du jetzt gesagt ist drin nein flambo diablo gete lambo ist drin auch drin der 33 richtig ja ihr fahrt alles durch ihr fehlen euch jetzt mit ok zwei autos die jetzt noch da sind die sind schwer suzuki nein toyota nein hyundai hummer hummer oder hammer hammer sorry hammer hammer sorry er hat hummel ausgemacht hummer hammer hammer nee aber auch nicht mein lieber vier leute echt spannend die wissen immer beide gleich viel ungefähr ich denke gerade noch an autos chevrolet nein smart richtig ja ja das letzte auto wird tesla gewesen und keiner ist auf tesla gekommen von euch starke tesla oder dass keiner von euch tesla gesagt hat das ist krass digger 5 zu 4 ging die runde an sanjit insgesamt steht es jetzt 17 zu 16 für sanjit jetzt kommt youtuber 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 auf der ganzen welt nein nur in deutschland aporad 1 zu 0 ja bruder es sind auch schwierige dabei bruder ja bruder auf aporad wäre ich niemals mein leben selber gekommen weil er ist nicht aktiv er ist nicht richtig aktiv bruder schweimex auch nicht bruder was echt nicht das sind zehn leute leute es sind viele youtuber illegaler richtig ja bruder die liste geht noch lang heide los richtig 221 good life crew du hast richtig verkackt digger unsympathisch tv genau insko oh mann digga die hängen wir immer zusammen digga 3 zu 3 ich sag Tim Gabel nix gegen Tim Gabel nix gegen den bruder nix gegen ihn aber nein guter youtuber guter julian bern nein papa platte nein ihr geht voll die brein digga ihr geht wieder richtig die brein ja ich weiß ich hab den namen vergessen pumping monkey nein bruder ähm diese julienko was war das worüber du so lange ich denk jetzt digga nein bruder jambrook nein bruder äh knossi ja ja 4 zu 3 bruder knossi hätte ich echt wirklich wenn ich so als erstes erwartet digga ich hab noch einen ich hab sogar noch einen leon mascher nein bruder justin wer ist justin bruder der mit den klamotten klamotten ne ok ich hab noch einen achso du bist mimi nein es wäre noch gewesen moiz digga moiz keiner sagt moiz dann noch abk oh sagt gar keiner und dann noch unge habe ich gesagt so leute die runde geht auch an sanjit somit steht es 21 zu 19 mit zwei punkten und wir kommen zu allerletzten zum allerletzten rüberbegriff aber da geht es um im krieg sein rapper oh digga ey was soll das aber bruder das ist doch die liste ich kenn nur zwei das ist doch die scheiße aber bruder also du kennst die alle hier drauf stehen wirklich luciano steht drinne kalim steht drinne oh das wärs schon ok jesus richtig hallo ok rizzi hata hata steht nicht drinne haftbefehl haftbefehl steht drinne natürlich 3 zu 2 3 zu 2 loredana loredana steht nicht drinne ufo nein leider nicht das stimmt casey rebel samajan nein das ist echt respekt das stimmt ufo und samar nicht drinne ist respektlos wushido er hat rapper gesagt achso nicht polizisten Spaß Spaß erzählt das dann nicht? ich sag jetzt einfach mal dardan ne kapi ja samra ja oh nein bruder das sind die alten 4 zu 3 und jetzt steht 5 zu 3 weil ich sag bonch Boots ist richtig enno enno steht nicht drinne kapo richtig ja oh mein gott wenn du jetzt nicht den letzten erwähnt habe ich das ganze Format gewonnen oh mein gott ich hab gewonnen was wenn du das einsag vielleicht sagt er den richtigen noch digga ich sag jetzt den richtigen wenn er ihn nicht sagt kollega soll ich das video beenden? nein bruder nein nein wer war der letzte? ja oh mein gott guck heftig digga du hast so gut gespielt digga hier ist die GLC Tabelle Leute heute ging der Punkt an Aibo morgen gehts um 18 Uhr weiter und wie gesagt Leute seitdem wir diese GLC Tabelle eingeführt haben ist der Spaß also es macht wirklich immer noch sehr er macht noch mehr Spaß weil jeder ist auf jeder will seinen Hack haben jeder will seinen Hack haben ein ein und w